Like das Video, abonniere den Kanal und aktiviere die Glocke innerhalb den nächsten 5 Sekunden, wenn du auch gegen Krieg und Gewalt bist. Like das Video, abonniere den Kanal und aktiviere die Glocke. Genau jetzt! Save, das ist ein Bot. Save, du spielst gerade gegen einen Bot. Er macht Herzchen! Simsalabim, gib mir Minis. Jawoll, Digga, oh mein Gott! Laber nicht, laber nicht, laber doch nicht. Ja! Was geht ab, Lan? Heute in diesem Video wetten Mello und ich, werden 3 Runden mehr? Mini! Findet, wir dürfen keine Gegner angreifen und müssen versuchen, so lange wie möglich zu überleben, um ganz viele Kisten zu looten. Falls sie angegriffen werden, dürfen wir uns zubauen und mit dem gefundenen Loot auch heilen. Was anderes haben wir nicht ausgemacht. Es sind mega lustige, knappe Runden geworden. Wer findet mehr Minis in 3 Runden? Um 1000 Euro. Ach ja, schaut unbedingt bei Mello vorbei. Den Link zu ihrem YouTube-Kanal findet ihr in der Videobeschreibung. Tragt doch meinen Creator-Code BURI im Itemshop ein und schreibt so oft es geht euren Epic Games Namen unten in die Kommentare, da ich fleißig dabei bin, euch alle zu adden, dass wir gemeinsam mal spielen können. Und jetzt wünsche ich euch allen viel Spaß mit dem Video. Ich gehe zu Pleasant Park und ja, du gehst zu Craigie Fleck. Oh, da wirst du sterben. Du wirst da sterben. Meinst du? Du wirst das Pay sterben, da sind viel zu viele Leute. Never, ever, ich verstehe mich. Geh da ruhig hin, geh da ruhig hin, geh da ruhig hin. Geh da hin, alles gut. Okay, okay, ich gucke gerade, ich gucke gerade, wie viele mitkommen. Wee, yo, es kommen viel zu viele mit, Mann. Ist da einer? Komm schon. Nee. Jawohl, ich habe schon einen Mini gefunden. Drei Minis habe ich hier insgesamt. Hast du Minis gefunden? Ja, ich habe Minis gefunden. Ich habe sogar Madkit gefunden. Nee. Ja, natürlich. Ich habe eine Kiste, ich habe eine Kiste. Ja, moin, da ist gar nichts drin. Ey, du bist so ein Lacker. Kann man so viel Glück haben. Sei mit. Ey, gib mal einen ab. Gib mal einen Mini ab. Nö, nö. Ah, ich habe einen Biggie gefunden. Ah, Biggie. Ja? Wie du. Du hast auch gemacht. Ich habe direkt Biggie gefunden. Wui, 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 wui. Okay, Leute, jetzt sind wir es ernst. Ich hoffe, da sind Gegner. Ich hoffe, du bist ein Magnet. Magnet für Gegner. Wow, 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 wow. Du, drei Kisten. Nee, man, da. Drei Kisten. Wenn da jetzt kein Mini rauskommt, dann dreh ich durch. Nein. So, wir haben jetzt die erste. Nee, kein Mini. Zweite Kiste. Kein Mini. Verbändiges. Okay, bändiges. Das ist auch gut. Mhm. Dritte. Auch kein Mini. Das ist echt. Noch eine Kiste. Komm schon. Nein. Das ist vollblastend. Wieder keine Minis. Salamkiste. Buri, 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 Buri. Ich werde sterben. Echt jetzt? Warte. Auge, Auge, Auge. Du weißt nicht, wo ich mich gerade verstecke. Wo? In einer Toilette. In einer Toilette. Man sieht mich einfach nicht. Oh mein Gott, ich bin angeschossen. Ich habe die Toilette kaputt gemacht. Ich habe die Toilette kaputt gemacht. Buri, bei Gott, ich werde sterben. Oh mein Gott, ich bin am sterben. Ich bin am sterben. Der baut die Hütte auf. Der baut die. Aber ich habe drei Minis gefunden. Du? Du hast doch gar keinen, ne? Nein, nein, nein. Du wirst ja auch angeschossen. Was geht bei dir ab? Hör auf. Leute, die erste Runde gehört mir. Safe, Bruder. Wenn sie das überlebt, ne? Dann anders. Hä? Safe, das ist ein Bot. Safe, du spielst gerade gegen einen Bot. Das ist ein Bot, Mann. Das ist nicht mein erster Spieler. Können wir das? Oh Gott. Oh Gott. Ey, das ist doch ein Bot. Nein. Er macht Herzchen. Das ist ein erster Spieler. Oh mein Gott. Ey, wenn du das jetzt schaffst, ne? Wenn du jetzt so Minis findest, ne? Dann war es komplett. Nein. Was? Ich habe einen Freund gefunden. Ich schaffe das. Als ob der mit dem Team will. Hahaha. Oh Gott. Oh Gott. Nein, Mann. Ja. Ja. Er geht so scheinbar. Was geht ab? Hahaha. Hahaha. Jawohl. Jawohl. Oh mein Gott. Er teamt einfach mit dir. Er teamt. Oh mein Gott. Er teamt mit dir. Was ein Ehrenmann. Oh Gott. Yo, 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 yo. Wenn auf dem Lama Minis sind, dann vorbei. Dann hast du den Kacktsch. Ich brauche das Lama. Ich brauche das Lama. Ich brauche das Lama. Ey, das ist ein Gegner. Das ist ein Gegner. Ihr werdet angegriffen. Oh mein Gott. Du schaffst es nicht. No. Keine Mets. No. Eins nur für mich, Freunde. Direkt in die nächste Runde. Diesmal, diesmal witz. Ich habe ein gutes Gefühl. Diesmal witz wirklich. Ach so. Wir werden sehen. Hahaha. Mach ab, du. Ich habe ganz Retail-Raw für mich. Laber nicht. La, ne. Hier ist absolut keiner. Nein, bei mir ist auf jeden Fall einer mit. Minis gefunden. Ich habe Minis gefunden. Ich habe Minis gefunden. Ja, ich auch. Ja. Noch eine Kiste bei mir. Noch eine. Oh mein Gott. Scheiße. Ah, hier oben ist die Kiste. Keine Minis. Nein. Und noch eine Kiste. Ey, ich finde hier eine Kiste nach der anderen. 10.000 Kiste, aber keine Minis. Ich renne zur nächsten Chess. Ich finde hier wirklich eine nach der anderen. Ey, wie viele Kisten hast du? Okay, im Endcard ist eine Kiste. Ich habe Minis gefunden. Nein. Und noch eine Kiste. Okay, das sind keine Minis. Aber ich habe sechs Minis. Ich führe gerade. Oh mein Gott. Nein. Sechs Minis. Yeah. Hier ist noch eine Chess. Noch eine Chess. Noch eine Chess. Oh, noch eine Chess. Noch eine Chess. Okay. Gib mir Minis. Simsalabim. Na. Gib mir Minis. Du wirst keine Chess. Jawohl, Digga. Oh mein Gott. Laber nicht. Laber nicht. Laber doch nicht. Ich schwöre, ich schwöre, da kamen Minis raus. Oh mein Gott, noch mal Minis. Ich schwöre. Nein, 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 nein. Warte, stopp. Du trust mich gerade, oder? Ich schwöre. Einfach so, warum die Minis? Okay, Salamkiste. Nein. Simsalabim. Gib mir Minis. Na, halt's Maul. Was für Minis? Du wirst keine Fettung. Nein, diesmal hat's nicht geklappt. Das noch eine Chess. Warte ab. Bigi. Hier ist eine Kiste, hier ist eine Kiste. Komm schon. Salamkiste. Oh, ein Bigi. Schade. Ich habe auch schon zwei Bigis. Hier ist ein Bot unterwegs. Ich bin einfach ganz allein mit einem Bot. Meinen Minis. Nein. Für mich ist auch irgendwer. Wieder kein... Oh mein Gott. Minis, Minis, Minis. Neun Minis, ein Medi, 15 Bandagen. Easy. Neun cleane, saubere, blaue Minis. Ich habe eine Kiste. Bitte keine Minis. Bitte keine Minis. Oh mein Gott, ein Bigi. Versteck mich gerade. So viele Bots. Nein, das Ding ist, wer in meiner Runde ist, kriegt immer Bots ab. Echt? Safing mir gerade. Geil. Du Bot. Du bist zu. Ich stirb einfach. Hallo. Hallo. Nein, nicht zu. Komm, mein Gott, geh weg hier. Nein, ich bin tot, Freunde. Die Runde geht an Melo. Aber im Gesamten haben wir jetzt insgesamt beide zwölf Minis. Die dritte Runde entscheidet. Oh mein Gott. Hier ist ein Mini, Freunde. Ich habe ein Mini gefunden. Ach, keine Minis. Geil. Oh mein Gott. Ich habe eine blaue, legendäre Chest gefunden. Ich habe Minis und Bigis. Oh, hast du genau genommen. Und Mini gefunden. Ein Mini gefunden. Eieieiei. Simsalabin. Gib mir Minis oder du stinkst. Oh mein Gott. Keine Minis. Ich habe absolut nothing. Komm schon, gib mir was. Drei Minis habe ich nur gefunden. Nein. Nur ein Mad Kid, Freunde. Ich kann mir nicht so viel Lack haben. Minis. Oh mein Gott. Nein. Ich gebe auf. Ich gebe auf. Ich gehe außer runter gleich. Oh mein Gott. Ich habe zwölf Minis, Freunde. Aber da hast du ein Gegner, Freunde. Eine Kiste gibt mir Minis. Nein. Aber ich habe Bandagen gefunden. Du hast gewonnen. Oh mein Gott. Noch mal Minis. Nein. Ich schwöre. Ja, ich habe verloren. Ich habe verkackt, Leute. Oh nein, das ist ein Bigi. Schade, aber den gönnen wir uns direkt. Da ist ein Lama. Ein Lama. Oh mein Gott. Ey, wir haben drei Runden gespielt. Zweimal habe ich ein Lama gesehen und gefunden. Du Glücksbild. Scheiße. Scheiße, wenn da jetzt noch Minis drin sind. Und am besten so sechs Stück. Kann auch sein. Oder? Ja, ja. Also sechs Stück. Minis. Drei Minis. Drei Minis. Nein. Drei Minis. Das heißt nichts. Wie viele Minis? Da, hier ist ein Gegner. Ja. Ja, ich bin tot. Ist hier gerade in der Schelst? Auge, Auge. Nein, hier sind zu viel. Ich bin tot. Nein, du bist tot. Und bei mir ist einfach ein Bot. Was geht ab, Mann? Freunde, ich habe 15 Minis gefunden. Die erste Runde habe ich gewonnen gehabt. Die zweite Runde Mellow. Und in der dritten Runde habe ich so viel Luck gehabt. Und habe es noch geschafft, die Challenge zu gewinnen. Was geht ab, Mann? Haut rein und schaut rein. Euer Buri. Ich bin tot.